Willem und Franz Hallo, Franz Plaza bin ich. Ich habe mich hier gerade mit einem anderen Franz getroffen und mit Johann. Katze! Wir fangen nochmal an. Also nochmal. And go. Also, guten Abend Franz, guten Abend Johann, der eigentlich Willem heißt. Heute habe ich mich hier getroffen mit Willem und Franz und wir sprachen über den Film The Last Picture. Ich denke, wir sind übereingekommen, dass ich mit Herz und Seele dabei sein werde, diesem Film ein paar schöne Töne zu verpassen. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, ein bisschen Emotionen reinzubringen. Wir sprachen schon über Debussy-eske Anleihen in Musik. Wir werden aber auch die 80er Jahre hoffentlich so treffen, dass die Leute sich wiederfinden. Und ich denke, in den nächsten zwei Monaten wissen wir mehr. Ich freue mich, wenn das, was wir hier beschlossen haben, Realität wird und die Leute dort Spaß haben.